Oh Gott. Autsch. Och, ich spring doch mit dieser verdammten Leertaste drin. Ja, das kenne ich, das ist bei mir auch manchmal. Nein. Dann drückt man Leertaste und der springt nicht. Ja. Oh, das ist unglaublich. Dein Kuchen hat das alles noch schwerer gemacht. Nein. Doch. Doch. Nein. Dann hau ihn doch weg. Bau ihn ab. Na, dann bau ihn ab. Also, hau ihn kaputt machen. Der ist ja für immer kaputt. Ja, und? Wer haut mich dann? Ja, wer wohl? So echt. Wollt den Kuchen kaputt machen. Oh, wieso springt die nicht? Ich muss mich an dem rechen. Ist mir egal. Ich war gerade in der Nähe, was? So, die hau ich auch. Ey. Oh, der Kuchen nervt. Sag ich doch, mach weg. Ja. Hallo, Freunde. Ja, ich ist... Oh. Machen wir jetzt ein... ein... Let's Adventure Radio. Ja. Oh, das war jetzt cool. Warte mal. Was denn? Lach nicht. Was war denn? Ich bin rückwärts runterfallen. Ich komme da überhaupt nicht rüber, sag mal. Ach, Mist. Kampf rüber. Was zum... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh, Herrgott. Die wollen einen doch verarschen hier. Geht's wieder? Nein. Es lacht immer noch. Lachen ist gesund. Äh. Nee. Gerade stirbt. So? Nicht so viel wie du lachst. Ah. Jetzt wird er sich immer böse. Jetzt wird er den Rücken fallen. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Oh. Dafür gibt's gleich Schokolade. Oh, Schokolade! Ich schaff das überhaupt nicht. Ich nehme nicht gleich echt Q aus. Stimmt, es sind ja... Es sind ja noch... Noch Milka-Herzen-Kühlschrank. Richtig. Oh, Schokolade! Du meinst Schoko-Herzen. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr. Ja, also der Sprung hier ist echt nervig. Die Frage ist, warum muss man lang, ne? Da passieren schon Flüchtigkeitsfehler. Ja. Und es sind einfach nur noch nervt langsam. Ach, Mist. Versuch's in einem Rutsch, das ist für mich leichter irgendwie. Ich schaffe ja nicht mal den Ersten. Oh, okay. Da. Das bringt auch nichts in einem Rutsch. Ah, nee. Ich geb's auf hier. Benutzt mein Checkpoint hier. Fliegst du jetzt rüber? Nein. Ach, du machst die Tat-Home-Variante. Genau. Wart, na, was machst du da? Soll ich das so anständig versuchen? Mach das weg. Du kannst sie ja überspringen. Nee, nicht wenn da Holzblöcke sind. Weg, kann man nicht überspringen. Ich seh sie. Sie baut irgendwas ab. Ja. Nein. Bestimmt. Bestimmt die Erde. Gelben Block abgebaut, jetzt ein roten. Autsch. Aha, Autsch. Da. Hier ist ein Bett drin. Das ist nichts. Oh. Oh mein Gott. Backparty. Was? Man soll hier eine Backparty machen. Und hier ist, oh ja, hier muss man hin. Hier ist ein Hebel und eine Träne in der Kiste. Ich glaub den Hebel brauchen wir dann zu, wo an was muss. Vielleicht öffnet der die Tür da oben. Ja, wir sind dann endlich mal Feierabend. Ah, hier sind Tür. Och, Menno. No. Also die Sprünge sind jetzt irgendwie... Vielleicht wollen wir auch schon zu lang spielen. Das kann auch sein. Ja, guck mal aufs Uhr, ey. Film nach 12. Hallo. Oh, ich geb das Ding auf. Co-op. Nicht fragen, Bettparty. Ich bleib mit der Bettparty lieber fern. Wir haben ja da hinten geschlafen, brauchen wir hier nicht. Ach, leck mich. Was, lecken? Nein. Du bist mir zum Pelz nicht. Ich glaub's nicht. Du musst dich jetzt erst rasieren. Was glaubst du nicht? Nein, Rumble hat das jetzt nicht gefilmt. Nein. Ich bin zur Bettparty, ohne Cheaten, in einem Rutsch. Haha. Nein, das ist nicht gefilmt. Mano. Musst du gleich nochmal machen und Rumble muss das filmen. Ach, als soll ich das nochmal schaffen. Ich war selbst überrascht. Was? Jetzt müssen wir da hoch, oder was? Ja. Nee, nicht echt, oder? Doch. Ich bin froh, dass ich euch schon in einen Checkpoint geholfen habe, hier. Aber ich mache... Mit Führung. Ich will nicht mehr, es ist zu spät. Gar nichts hier. Dieser eine Sprung hier, der ist ja übel. Und dann immer vom Checkpoint wieder... Ach, geschafft. Der hier, der geht doch noch. Nein. Bei mir geht gar nichts. Tschüss. Tschüss. Autsch. Hier hin. What? Ich muss schon ein Hörer. Ach. 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 ich ja kein bisschen hallo youtube also ohne fliegen würde ich das auch nicht schaffen ganz ehrlich aktiviere einfach meine letzte panda power dann kommen wir hier zu dieser ecke ach ja muss mal gucken wo ich war ich komme ich komme hier nicht um die ecke rum die ecken sind immer das problem und diese hier oben wenn man die eine ecke hat auch den checkpoint welche ecke die hier wo ich gerade stehe ja ja das ist ja wie man denn da hoch kommt hier habe ich mich noch mal in kreativmodus gesetzt gar nicht so wie immer nein check point danke da wird check point wollen karte Ich hab vorhin doch schon gesagt, dass da draufsteht, wir sollen da nicht hin, bis die ganze Karte fertig ist. Da wo du jetzt stehst, Kitty. Oh, ich hab keine Wochen mehr. Ich kann da eh nicht holen. Es ist so intensiv. Was? Muss ich hin? Ja, ne. Muss ich wieder machen. Ja, sollen sie machen. Hang dir schon wieder so an. Mach das schon mit Schienen. Ich hab Kopfschwert schon. Ja, dann hör auf. Oh Gott, die ist zu lang. Ah, ich muss was trinken, ey. Kommt doch nicht rüber. Und jetzt können wir schon beobachten. Ja, ne? Und jetzt? Aber wir nehmen nicht auf. Na egal. So, scheiß drauf, hab's geschafft. Blub, 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 blub. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Kitty hat den Schluck auf. Jaa. Jaa. Kitty hat den Schluck auf. Tschüss. Mach mal Hicks. Mach mal Hicks. Nein, nicht noch mal. Ich unterdrufe. Mach mal Hicks. Nein. Mach mal Hicks. Doch, mach mal Hicks. 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 Rumble, sag mir, dass du einen Hebel hast. Jaa. Der hat den Hebel, oder? Hab ich doch gesagt. Ich hab doch gesagt, den braucht man hier. Gut. Na, da ist er. Na, ich bin ja offiziell rübergekommen, also geht das auch klar. Ach, jaa. Machst du? Put it below. Ich hab ihn doch. Machst du? Jaa. Das war komisch. Jaa. Jaa. Das Ende von 1.1. Warte, hier steht was. Kannst Gordon NC-Form posten. Nö. Wenn du den Web magst, kannst du dich frei zu spenden. Nö. Was? Spenden? Ja, es gibt noch 1.2. Da drüben gibt's einen kleinen Vorgeschmack. Ich glaub, das grüne Ding da. Stimmt. Darf ich mich da jetzt durchhauen? Nein. Und das brauchen wir um 1.2 zu testen. Ich hab zwei grüne Wolle und vier, leider. Mhm. Hallo. Da kam er angeflogen. Jaa. Gott, das war aber schlimm, der letzte Part, ey. Ja. Ja, aber auch weil wir schon lange gespielt hatten. Da dürfen wir jetzt reinbrechen, oder was? Keine Ahnung. Ne, du hast bestimmt die Wolle und die Leitern, um hier rüber zu kommen. Ja, zwei Wolle hier und dann die Leitern hoch. Ja. Hopp. Was? Ja, wozu? Ja, wozu? Anstatt dass er die zwei Wolle dahin legt und die Leitern ranmacht, ne? Denn... Mach das wieder kompliziert. Jetzt hab ich noch zwei Wolle übrig. Ich sag wieder, dass man da kurz reinfallen kann. Autsch. Natürlich war hier ein Geheimnis drin. Eine Gasträne. Ähm. Das... War's schon? Ja. Das ist der Vorgeschmack. Okay. 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 Wir werden keine Panas gehauen. Okay. Okay. Letztendmal Vorgeschmack. Ja, du sagst das. Sehr verwirrt. Hm. Aber schön gebaut auf jeden Fall. Ja. Nur sehr anstrengend am Schluss. Hi. Hi. Nur weil's eben so lang war. Du kriegst Sachen zugeschmissen. Ja. Hört mir aber nicht viel, hier rauszukommen. Ich mach nochmal ein Flyover. Oh, das Haus sieht schön aus. Mit der Lava. Und hier ist der Kaktus. Die Kaktus-Challenge. Was soll das sein? Hat er einfach einen riesen Kaktus hingebaut und dann... Ähm. Naja. Ich werde bescheuern. Ja. Ich hatte jetzt zwei Mädchen. Cool. Aber bitteschön du ich. Ich versuch's. Wollt ihr wohl brennen? Warum sind hier lauter Diamantenlöcke? Nein, will ich nicht. Mit Leitern dran. Achso, das war der Weg, ne? Ja. Falls man runterfällt. Oh. Oh. Der kotzende Smiley. Oder ist das in der Zunge? Au. Ja. Da ist das Haus. Versucht einfach mal Game-Mode 1. Verrätst du's ihnen doch? Ja, die sehen so hilflos aus. Und mittlerweile ist Stein, ich kann sie nicht mehr verbrennen. Ich glaube, was ist runtergefallen. Was ist das? Fire Charges. Hä? Ja, Feuerladung. TNT Action. Was? Boah, der will jetzt nicht mehr drauf springen. Das will ich nicht. Nein, nur das eine Haus hier. Ich glaube, da verzichte ich diesmal auf. Warte, ich komme. Wo bist du? Einfach zurückfolgen. Irgendwas müssen wir doch noch springen am Ende. Ja. Das pflicht. Wie bist du denn? An der Wasserrutsche vorbei? Ja. Wasserrutsche folgen hinter dem Smiley. Ganz am Anfang, oder was? Hinter dem Smiley, okay. Ach, da ist er. Er platziert schon schön. Oh, ne. Ja, dann wird ja vielleicht wieder der Server abklappt. Nein. So viel ist das ja nicht. Oh. Und im Haus ist auch sehr viel übrig, ne? Ja. Ja, das sieht doch gut aus, das Haus. Was? Wir hatten jetzt den Smiley angezündet. Was, der Smiley brennt? Die Rose. Ja. Ja. Kann erzünden den Smiley an. Nein. Entschuldigung. Das ist die gemeingefährliche Lily Rose. Achso. Noll. Der arme Smiley hatte jemanden tat. Ja, hat er. Er hat mich angegrinst. Der hatte ich... Der existiert. Oh Gott. Stehen hier Öffnungszeichen? Was? Öffnungszeichen? Ja, von... Von... Der Chicken Firma. So, wieder. So, wieder. So, wieder. Der schüttert sich hier noch raus, um zu nem schicken Ding, oder? Die liefern dann nicht. Oh, da hinten Klappe. Kannst alleine laufen. Euch brennt gerade der Arsch unten weg, ne? Ja, ja. Ich bin Kreativmotors. Mir ist das egal. Nein. Haha. Ich mein ja nur... Hallo Panda! So, reicht. Kannst du vergessen. Ähm, ähm, ähm. Das sind Waffen. Das sieht wieder aus, als würdest du dir... Ja. Macht Spaß. Fühlt sich gut an. Erleichtert. Ja. Hass mich. Okay, hinten sind gar keine. Ja. Yeah. 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 Feuerwerk! Yeah. Boah, ey, der Smiley sieht jetzt voll gruselig aus. Wie sind die Augen um dich? Ja. Ja. Äh. Aber echt. Oh mein Gott. Hatte ich mir auch gedacht. Ein grusel-Smiley. Oh Gott. Gäb ich dir das Goldblöcken, oder was? Ja. 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 Die gelben ja, aber hier hinten die, äh, Glowstone nicht. Aus Gold und Glowstone. Aus Gold und Glowstone. Und der Restbarwelle. Noo. Noo. So, und mit diesem schönen Bild verabschieden wir uns. Jaaa. Mit dem grusel-Smiley. Smiley auf der Hölle, ey. Sagt schön tschüss. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö